Hallo liebe Schüler, ich hoffe, dass es euch gut geht. Wir machen weiter mit A7. Schaut die Fotos in A2 nur einmal an. Wer ist das? Notiere. Zum Beispiel, seine Hose ist blau. Sein Pullover ist grün. Wer ist das? Das ist Lukas. Seine Hose ist blau. Seine Pullover ist grün. Mark vajta. B. Kreuzet A. Possesive article. Peremri prunur. Vi haben sein und ija. Zain i ti, ija e soj. Zain përdorët përgjinin mashkullore. I, ija përgjinin femrore. Posesive article im nominativ. Peremri prunur, përcaktohet nga gjinia e emrë. Përgjinin mashkullore, kemi zain, përgjinin asnjënse zain, gjinin femrore zainë, dhe përshumësin zainë. Ija përgjinin masnjën. Ija përgjinin mashkullore, ija. Gjinin asnjënse ija. Shumësin ija, se dhe gjinin femrore, ija. Zum Beispiel, sejn pulover, ija pulover. Djupi i ti, djupi i soj. Sejn tishet, ija tishet. Sejne jake, ija jake. Sejne schuhe, ija schuhe. In Übung A8, ergänzë ti tabelle mit den Nomen aus A7. Zum Beispiel, sejn pulover, ija ring, A9, vergleiche die Bilder und markie die Unterschiede. Es gibt 8 Unterschiede. Zum Beispiel, auf Bild A ist ihr Top grün. Auf Bild B ist ihr Top weiß. Das ist alles für heute. Bis nächste Woche.